Es geht um einen Milliardenraub. Um Steuern, die du bezahlt hast. Für Kitas, Schulen, Krankenhäuser oder den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel. Doch dein Geld ist woanders gelandet. In den Taschen von Bankern, Beratern, Aktienhändlern. Es wurde uns allen gestohlen. Beim größten Steuerraub in Deutschland. Politiker und Behörden ließen das jahrzehntelang geschehen. Wie war das möglich? Warum hat der Staat dein Steuergeld nicht geschützt? Und sind die Milliarden nun für immer verloren? Mein Name ist Massimo Boniani. Ich arbeite für WDR Investigativ und beschäftige mich mit Wirtschaftskriminalität. Seit Jahren recherchiere ich gemeinsam mit den Kollegen der Süddeutschen Zeitung zum wohl größten Steuerraub Deutschlands, den man CumEx nennt. In diesem Video erzähle ich euch die Geschichte von einer Steuermafia und einem gewaltigen Staatsversagen. Ziemlich viele Finanzminister behaupten heute, sie hätten nichts falsch gemacht. Nach mehr als drei Jahren Recherche haben wir in dieser Darstellung große Zweifel. Der Skandal beginnt schon vor mehr als 30 Jahren. Dieser Mann hier ist damals auch sehr an der Frankfurter Börse. Er heißt August Schäfer. Ja, jetzt gehe ich erstmal auf meinen Beobachtungsposten, um zu sehen, wie der Börsenhandel abläuft. Schon in den 90er Jahren stürzt er auf dubiose Geschäfte. Er will dem nachgehen. Sein Chef, der damalige hessische SPD-Wirtschaftsminister Ernst Weltecke, unterstützt ihn. Obwohl er offenbar ahnt, dass es nicht immer karriereförderlich ist, sich mit der mächtigen Finanzbranche anzulegen. Ich weiß nicht genau, wie er mir gesagt hat, wenn das in die Hose geht, Herr Schäfer, Sie machen die Poststelle und ich mache Entwicklungsziele in Afrika. Tatsächlich entlarvt Schäfer 19 fragwürdige Geschäfte, darunter auch Cum-Ex. Damals laufen die Deals noch unter dem Schlagwort Dividenden-Stripping. Schäfers Fund schlägt hohe Wellen. Der Weltecke als Minister hat seine Ministerkollegin angeschrieben und hat Druck gemacht und hat hiervon auch den Ministerpräsidenten unterrichtet. Und das war damals Hans Eichel. Eichel wird Journalisten später erzählen, Schäfers Bericht sage ihm nichts. Die Hessen spielen das Thema bis in die damalige Bundeshauptstadt Bonn. Finanzminister Theo Weigel, CSU, wird im Finanzausschuss über Schäfers Erkenntnisse unterrichtet. Doch es geschieht zunächst nichts. Schäfer glaubt zu wissen warum. Auch Bonn damals noch war interessiert an der Förderung des Finanzplatzes Frankfurt. Und insofern passte das natürlich nicht ins Bild, wenn hier irgendwelche Skandale groß hochkommen. Theo Weigel sagt, er erinnere sich nicht mehr an den ganzen Vorgang. August Schäfer jedenfalls bekommt später das Schreiben eines Bankenlobbyisten in die Hände. Und der kann sein Glück kaum fassen. Verstehe ich das richtig? Haben unsere Ausführungen das BMF, sprich Bundesfinanzministerium überzeugt? Und dürfte Dividendenstripping vielleicht stillschweigend weiter geduldet werden? Zwar werden später auch noch unter Theo Weigel strengere Gesetze erlassen. Nur, ob die eingehalten werden, kontrolliert offenbar niemand. Die Branche kann feiern. Und verfeinert über die Jahre das Cum-Ex-Modell. Bei Cum-Ex haben sich Banken und Finanzinvestoren beim Finanzamt Steuern erstatten lassen, die sie nie bezahlt haben. Und weil sie diese Masche millionenfach umgesetzt haben, sind Milliardensummen aus der Staatskasse an Banker und Aktienhändler geflossen. Und das wurde in einem komplizierten, verschachtelten System millionenfach gemacht. Fast alle großen Banken waren daran beteiligt. 2002 ist Hans Eichel inzwischen Bundesfinanzminister. Gut könnte man meinen, dass mit ihm jetzt ein Politiker im Amt ist, der die krummen Geschäfte schon aus Hessen kennen müsste und sie zumindest Jahre später für einen riesen Skandal hält. Es ist schlichter Diebstahl. Der Staat kann das nicht hinnehmen, weil es auf die Dauer das Vertrauen zum Staat untergräbt. Umso erstaunlicher ist, was dann unter Eichels Führung damals passiert. Das Bundesfinanzministerium bekommt 2002 eine Warnung, ausgerechnet vom Bankenverband. Bei bestimmten Geschäften würde der Staat mehr Steuern zurückerstatten, als er vorher eingenommen hat. Für diesen Sonderfall wäre eine steuergesetzliche Regelung erforderlich. Es ging nicht um einen Warnhinweis, Vorsicht Staat, da passieren üble Geschäfte, ihr solltet da was tun. Sondern, dass man gesagt hat dem Bankenverband, wir haben ein Risiko, dass die Banken, die da mitmachen, am Ende haften müssen. Und dieses Risiko wollte man loswerden. Der Bankenverband bestreitet das. So oder so. In Sachen Cum-Ex passiert weiter nichts. Im Finanzministerium fehlen nämlich die Fachleute, um solche komplizierten Sachen überhaupt zu verstehen. Und Eichel, der will davon noch nie etwas gehört haben. Ich habe jedenfalls zu meiner Zeit als Finanzminister nie etwas von diesem Thema erfahren. 2007. Inzwischen ist Peer Steinbrück Finanzminister. Seine Beamten wollen Cum-Ex stoppen. Inzwischen hat das Ministerium auch einen neuen Mitarbeiter. Einen ehemaligen Finanzrichter. Und der ist top fit in Sachen Steuerrecht. Arnold Ramakas ist ab jetzt der Experte für das Schreiben des Bankenverbandes. Die Bankenlobbyisten behaupten darin, man bräuchte ein neues Gesetz, um das Problem zu lösen. Was war dieses Schreiben jetzt? Eine fiese Falle? Die Banken regten ja an, etwas gesetzlich zu regeln, was ohnehin schon verboten ist. Denn eigentlich war ja glasklar. Wer eine Steuer nicht bezahlt hat, darf sie sich auch nicht erstatten lassen. Eigentlich bräuchte es kein Gesetz, sondern knallharte Ermittlungen gegen Cum-Ex-Akteure. Doch das Ministerium folgt dem Vorschlag der Banken. Es soll ein neues Gesetz geben. Und während die Beamten vertraulich über das Gesetz beraten, ist die Branche offenbar stets bestens über jeden Schritt hier informiert. In E-Mails der Kanzlei von Hanno Berger, einem der wichtigsten Cum-Ex-Akteure, heißt es etwa, zuverlässige Quellen hätten bestätigt, der Gesetzesentwurf sei bis auf weiteres verschoben. Und wir haben damit Zeit gewonnen, um die endgültige Fassung des Gesetzes in unserem Sinne zu beeinflussen. Berger sagt heute, als einzelner Anwalt habe er die Gesetzgebung nicht beeinflussen können. Er hält Cum-Ex übrigens bis heute für legal. Finanzrichter Arnold Ramakas arbeitet jetzt fleißig an dem Gesetzesentwurf. Und ihm liegt bereits ein konkreter Vorschlag vor. Den hatte der Bankenverband nämlich praktischerweise mitgeschickt. Der Haken? Damit würden Cum-Ex-Geschäfte nur im Inland unterbunden. Über ausländische Banken wären sie weiterhin möglich. Eine gefährliche Lücke, argumentieren einige Beamte. Aber Ramakas zerstreut die Bedenken. Er wird später sagen, er sei der Sicht der Banken gefolgt, weil er die Konsequenzen der Lücke unterschätzt habe. Ein milliardenschwerer Fehler. Ramakas kopiert den Vorschlag des Bankenverbandes eins zu eins in die Gesetzesbegründung samt Lücke für Cum-Ex-Geschäfte übers Ausland. Und was macht die Branche jetzt? Die sagt sich, na wenn die Geschäfte übers Ausland doch nicht ausdrücklich verboten sind, sind sie ja wohl erlaubt. Zur Erinnerung. Es war nie erlaubt, sich Steuern erstatten zu lassen, die niemand bezahlt hat. Auch nicht übers Ausland. Doch die Cum-Ex-Akteure interpretieren das Gesetz als eine Art Freifahrtschein. Denn hunderte von Steueranwälten, renommierte Kanzleien auf der ganzen Welt schreiben damals Gutachten für Banken und Aktienhändler. Das Geschäft sei legal. Und der Cum-Ex-Boom, der geht jetzt erst so richtig los. Das neue Gesetz ist gerade fünf Monate in Kraft. Da warnt ein Whistleblower das Ministerium. Das neue Gesetz werde über das Ausland massiv umgangen. Die Warnung bleibt folgenlos. Die Geschäfte laufen weiter. Zwei Jahre später warnt wieder ein Whistleblower. Ausländische Banken nehmen den Fistus systematisch aus. Es könne ein potenzieller Schaden von bis zu zwölf Milliarden Euro entstehen. Zwölf Milliarden Euro geraubtes Steuergeld? Da schrillen selbst im Bundesfinanzministerium die Alarmglocken. Das bisherige Gesetz? Wirkungslos. Eine neue Regelung muss her. Aber was macht das Ministerium? Also der Bauer fragt den Fuchs. Auch diesmal bittet man die Bankenverbände um Unterstützung. Und die haben inzwischen einen neuen Mitarbeiter. Es ist der ehemalige Finanzrichter Ramakas, der bis jetzt im Bundesfinanzministerium gearbeitet hat. Dort hat er sich beurlauben lassen und steht jetzt auf der Payroll der Bankenbranche. Für 80.000 Euro pro Jahr. Die Verbände betonen, sie hätten Ramakas nur für Fachaufsätze beauftragt. Was jetzt geschieht, ist schwer zu glauben. Der neue Bankmitarbeiter Ramakas berät nämlich auch weiter das Bundesfinanzministerium. Eine Doppelrolle wie aus dem besten Agentenfilm. Der Finanzrichter Ramakas wird später dazu befragt und legt offen, dass er für beide Seiten gearbeitet habe. Einen Interessenkonflikt sei er offenbar nicht. Er verstirbt 2019. Im Ministerium weiß man damals offenbar nichts von Ramakas Doppelrolle. Man sucht fieberhaft eine Regelung, um Cum-Ex zu stoppen. Die neue Idee? Weil Absprachen eine entscheidende Voraussetzung für die Deals sind, sollen die Akteure den Behörden künftig schriftlich versichern, dass sie bei den Geschäften keine Absprachen betroffen haben. Ja, das ist natürlich sehr naiv zu glauben, dass diejenigen, die sich da an einem Raubzug beteiligen, dann zum Start gehen und sagen, ja, wir haben uns darüber abgesprochen und tut uns leid. Sorry. Und was, glaubt ihr, passiert jetzt? Richtig. Die Geschäfte laufen munter weiter. Finanzminister Peer Steinbrück sagt, er habe von all dem erst in den letzten Wochen seiner Amtszeit erfahren. Ihr denkt an dieser Stelle vielleicht, puh, das ist ganz schön viel und kompliziert, was da alles schiefgelaufen ist. Wann nimmt es ein Ende? Ich habe mich das während der Recherche auch gefragt. Und es ist leider so, dass es noch weiter ging mit den ganzen Pannen in der Politik. Als Wolfgang Schäuble Ende 2009 Finanzminister wird, liegen alle Fakten zu Cum-Ex auf dem Tisch. Dennoch wird es Cum-Ex noch ganze zwei Jahre weitergeben. Erst 2012 schafft es der Gesetzgeber, Cum-Ex zu beenden. 2012. 20 Jahre, nachdem August Schäfer fleißig Belege für den milliardenschweren Steuerraub gesammelt hat. 20 Jahre. Der Deutsche Bundestag will mit einem Untersuchungsausschuss herausfinden. Wer trägt die politische Verantwortung für den milliardenschweren Skandal? Weigel, Eichel, Steinbrück, Schäuble, Gerdschick, damals bei den Grünen, bei einer der Initiatoren. Ob wirklich alles aufgedeckt wurde, da ist er sich, sagen wir mal, nicht so ganz sicher. Ihr Schwerpunkt war, dass möglichst wenig bekannt wird von diesem Ausschuss. Ihr einziges Interesse war, dass der Ausschuss möglichst schnell beendet ist, damit man über diesen großen Finanzskandal nicht mehr reden muss. Das war Ihr Begehr. Sie haben von Anfang an gesagt, er sei nicht erforderlich. Und dann kommen Sie zu dem absurden Ergebnis, alle Behörden hätten alles sachgerecht und pflichtmäßig gemacht. Seit 2018 ist Olaf Scholz Bundesfinanzminister. In Sachen Cum-Ex zeigt er eine klare Kante. Cum-Ex war eine Riesenschweinerei. Mir ist völlig schleierhaft, wie man das für legal oder auch nur irgendwie für legitim halten konnte. Und auf Twitter schreibt er Ja, solche Machenschaften machen wütend. In Deutschland haben wir seit einiger Zeit gesetzliche Vorkehrungen getroffen, die solche Tricksereien unterbinden sollen. Ich habe das Bundesfinanzministerium deshalb angewiesen, jeglichen Hinweisen auf solche Geschäfte nachzugehen. Jeglichen Hinweisen nachgehen? Im Winter 2018 decken wir zusammen mit der Süddeutschen Zeitung auf, dass es wohl auch nach 2012 weiter ging mit dem Steuerraub. Und zwar mit einer ähnlichen Methode. Cum-Fake. Auch die Staatsanwaltschaft Köln ermittelte bereits. Die Recherchen des WDR und der Süddeutschen Zeitung bestätigen, geht die Staatsanwaltschaft nun einer neuen Masche nach, mit der offenbar auch deutsche Banker und Aktienhändler Millionen an Steuergeldern ergaunerten. Die Nachricht wird bundesweit aufgegriffen. Erst im Zusammenhang mit unseren Recherchen wird Cum-Fake gestoppt. Trotzdem betonte Scholz gerne, dass er Cum-Ex-Betrügereien entschieden bekämpft. Im Übrigen ist es so, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir alle Aktivitäten unternehmen und unterstützen müssen, um die von Anfang an mit dem Gesetz nicht vereinbaren und kriminellen Cum-Ex-Geschäfte aufzuklären, das Geld zurückzufordern und diejenigen anzuklagen, die solche Straftaten verwirklicht haben. Derzeit klärt ein Hamburger Untersuchungsausschuss, warum sich Scholz 2016, damals noch als Hamburgs erster Bürgermeister, ausgerechnet mit dem Chef der Hamburger Warburg Bank trifft, als gegen diese Bank bereits wegen Cum-Ex ermittelt wird. Den Chef der Bank, Christian Olearius, beunruhigte damals, dass die Hamburger Finanzbehörden mutmaßliches Cum-Ex-Geld zurückfordern wollen. In jedem Falle schien die Erwartungshaltung bei der Warburg Bank da gewesen zu sein, dass man beim Bürgermeister ins Büro spaziert und dann, so hat das ein Rechtsvertreter der Warburg Bank formuliert, löst sich die Steuerforderung in weiße Wölkchen auf. Woher kommt eine solche Erwartung? Sind sich Politik und Finanzbranche zu nah? Scholz und alle anderen involvierten Politiker bestreiten eine Einflussnahme, ebenso wie das zuständige Finanzamt. Die Warburg Bank hat mittlerweile alle Cum-Ex-Gelder zurückgezahlt, aber dagegen geklagt. Dass die Cum-Ex-Akteure nicht davon kommen und unser Steuergeld nicht für immer verloren ist, ist keineswegs der Verdienst der Politik oder der Finanzbehörden, sondern der einer Kölner Staatsanwältin und ihres Teams. Denn inzwischen hat sich Anne Brohr-Hilka an die Fersen der Cum-Ex-Mafia geheftet. Seit acht Jahren ermittelt sie gegen mächtige Manager, Banker, Top-Anwälte. Bei ihren Ermittlungen stößt sie auch auf eine unheilvolle Nähe zwischen der Finanzbranche, dem Staat und der Politik. Die Staatsanwältin lässt sich weder von den Attitüden der Finanzmacht einschüchtern. Da waren wir dann vielleicht nur mit fünf, sechs Mann und da hatten die locker 50, 60 Anwälte. Noch lässt sie sich auf Deals ein. Das wollten natürlich dann die betroffenen Banken. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir bis zum Ende durch ermitteln und vielleicht auch noch Leute anklagen. Was die Behörden jahrzehntelang versäumt haben, muss sie nun aufräumen. Die Ermittlungen sprengen jede Dimension. Brohr-Hilka und ihr Team machen weltweite Razzien, fräsen sich durch Tonnen von Akten, bringen Kronzeugen zum Reden, leiten 86 Verfahren ein gegen mehr als 1000 Beschuldigte weltweit. Sie begreift, was Finanzbehörden und Politik vielleicht über einen Teil der Finanzmacht noch lernen können. Die waren schon gut vernetzt und das ist ein Merkmal, was organisierte Kriminalität auszeichnet. Und das ist nicht unbedingt immer sichtbar, sondern das macht es eben auch so gefährlich, die Unterwanderung. In ihren ersten Prozessen wurden bereits Cum-Ex-Akteure zu Haft, Bewährungs- und Geldstrafen verurteilt. Brohr-Hilka wird noch Jahrzehnte brauchen, um die Ermittlungen abzuschließen. Wie also stellen Finanzminister künftig sicher, dass ihre Mitarbeiter die Gesetze schreiben und nicht die Branche selbst? Und wie verhindert man, dass weltweit vernetzte, bestens organisierte Finanzjongleure nicht immer neue Modelle auflegen und dabei eine Nasenlänge voraus sind? Wenn man den Zumpf austrocknen will, darf man nicht die Frösche fragen. Fest steht, die Politik muss Antworten liefern. Denn eine Finanzbranche außer Kontrolle bedroht das Fundament des Staates, das Vertrauen seiner Bürger. Es geht um vielen. Was sagt ihr zu dieser ganzen Geschichte? Schreibt uns hier in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und wenn ihr mehr zu den Ermittlungen in Cum-Ex-Fällen wissen wollt, schaut euch hier unsere Doku dazu an. Und eine weitere Doku würde ich euch empfehlen, über die Berater der Reichen und Mächtigen. Dort zeigen wir ebenfalls Einflussnamen auf, diesmal von der Beraterbranche.